Wir schauen uns noch mal einen gebrauchten Schlepper an. Auch wie der Jonny. Diesmal einen 6 140 R. Der ist schon ein bisschen älter. Das war damals der kleinste Sechszylinder. Er ist schon zehn Jahre alt, hat relative Stunden, 7000 Stunden. Er ist gut gelaufen, schaut aber glaube ich gar nicht so schlecht aus und soll 70.000 Euro kosten. Jetzt sitzen wir hier in einem alten Herrn. Aber wir haben festgestellt, er ist schon ganz schön gebraucht. Er ist nackt schon ein bisschen. So wirklich eine wendige Maschine ist er auch nicht. Wir bleiben da lieber bei Vierzylindern. Ich glaube da sind wir besser aufgehoben. Grüß euch und hallo zusammen. Die Woche haben wir wieder mal was vor. Wir haben ein paar Sachen, wo wir pflastern und betonieren müssen. Und da haben wir uns jetzt einmal für zwei Tage einen Bagger gemietet. Und da werden wir hinter dem Auto, wo wir unseren Lieferwagen immer parken, einmal den Hochkies raus tun und pflastern. Und die Kühe brauchen einen Weideausgang, betonierten und ordentlich befestigten. Und den Standplatz für die Bandsäge, für das Bandsägewerk, müssen wir auch hier richten. Das klingt nach Arbeit und die werden wir die Woche auch haben. Und da haben wir so einen alten Weyer, den haben wir als Kinder mal gebaut. Und den werden wir jetzt leider klein hauen müssen. Und das was an Humus anfällt, hauen wir dann gleich da rein und dann ist der Weyer wie der Wiese. Im Endeffekt habe ich meine Jungs einfach mal eine Freude gemacht, weil Baggerfahren ist für große und kleine Kinder was. Und zerstören ist einfach noch viel besser. Und jetzt werden wir erstmal den Platz, den Kies und das Zeug rausräumen und Splitter auffahren und da pflastern. und dann Turf von sich und Schreiber aufbauen. Und dann fahren wir schon. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Voll ausgerüstet Mit K80 Kugeln Load Sensing, hydraulischen Oberlenker Hydra Kabinenfederung Mechanische Kabinenfederung Druckluftkessel Druckluftanlage Das ist auch ein ganzes Gerät Vor allem mit dem bösen Blick Irgendwie schaut das schon gut aus Viel langsam geht es vorwärts Nachdem wir da unser Split eben gemacht haben Und jetzt versuchen einen sauberen Anschluss an das alte Pflaster hinzubringen Das ist natürlich alles nicht so einfach Ich setze es da vielleicht Da haben wir so eine blöde Welle drin Aber es geht einfach nicht anders Wir müssen das einfach so machen Oder an das alte Pflaster anpassen Und dann wird es halt nicht so ganz gerad Mit zwei unterschiedlichen Pflasterstöckelhöhen Mit zwei unterschiedlichen Pflasterstöckelhöhen Ein richtiger Kampf Aber wird schon So das Pflaster liegt An Ort und Stelle Das schaut doch jetzt schon richtig gut aus Jetzt gehört es nur noch eingesandet und gerüttelt Die Ecken wieder ein bisschen aufgefüllt Und dann haben wir wieder ein Badsloch am Hof beseitigt So 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 geht ja nicht ohne radio, oder? nein. das muss man ein bisschen leiser machen, sonst kriegen wir her. erhöht die arbeitsmoral. erhöht die arbeitsmoral, das ist immer gut. aber da sieht man was das ist. das waren eigentlich bloß so zwei schwindelige eschen. aber was das für ein wurzelstock ist. und den graben wir jetzt so weit wie es geht aus und schneiden ab. das ist feier. keine ahnung was da drin ist, aber die schneiden zumal. so Das ist immer ganz erstaunlich, wie viel Baum unter der Erde steckt. Aber es war ein hartes Stück Arbeit. Zwei Ketten stumpf gemacht, aber wir haben das drumherum draußen. Wenn irgendwelche Drecksachen eingewachsen sind, da hast du keine Chance. Da war einfach die Schneide. Aber passt, da kommt jetzt einfach der Kies drüber soweit und dann können wir da den Standplatz betonieren. Wunderbar, nächste Baustelle. Notfall 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war eine erfolgreiche Woche Der Gang hinter zum Pferdestall Der Schlamm abgezogen, neu aufgekist und befestigt Dass das Wasser wieder weglaufen kann Der Platz hinter dem Auto Befestigt und gepflastert Dann fahren wir da, wenn man mit dem Auto auspackt, nicht immer durch den Platz durch Der Weiher ist verschwunden Und ist inzwischen schon ein bisschen mit Humus aufgefüllt Da steckt schon auch noch ein bisschen Arbeit drin Bis der wieder schön ist und Wiese Aber wir sind auf einem guten Weg Der Standplatz für das Bandsägewerk Nehmt auch schon langsam Formen an Da fehlt noch eine Fure Kies Und nochmal rütteln und einbauen Aber dann ist das auch in Ordnung Und den Weideausgang für die Kühe Haben wir auch schon abgezogen Da muss man auch bloß noch In Anführungsstrichen betonieren Und der Bagger ist wieder gewaschen, getankt und abholbereit Ja, das war eine Woche Also ich würde sagen, ich wünsche euch ein frohes Osterfest Und wenn euch das Video gefallen hat Dann gebt uns einen Daumen hoch Und fährt euch Bis zum nächsten Mal Jetzt sagen natürlich alle Ja, und was ist jetzt mit dem Vorführer Ja, das Vorführer-Video Da müsst ihr ein bisschen drauf warten Da möchte die Firma Eder erst noch einen Blick drauf werfen Ob das auch zeigbar ist Das gibt es dann vielleicht Nächste Woche Schauen wir mal Also, fährt euch